So Leute, willkommen zurück zu Hand of Fate. Wir haben beim letzten Mal schon wieder beim Schuppenbuben auf die Schnauze gekriegt. Aber wir haben hier jetzt ein bisschen was, ja, ein paar neue Karten bekommen. Und ich hoffe jetzt einfach mal auf Ration. Wir sind in der Wüste, das hat uns beim letzten Mal so einen schönen Segen gegeben. Wir wandern jetzt erstmal ziellos umher. Oh Gott, ich hab überhaupt nichts gesehen. Fehlschlag. Äh, ziehe zwei Monsterkarten. Okay, bevor du den Weg aus der Wüste findest, gerätst du in einen Hinterhalt. Das finde ich aber gar nicht mal so schlimm. Weil das sind gleich zehn maximal Leben mehr, die wir jetzt am Anfang kriegen. So, zuerst mal die werfenden Säcke weg. So, wer hat auf mich geworfen, weißt du das? So, sein Schild ist weg, er ist auch weg. So, ich finde es hat sich auch gelohnt. Zehn maximal Gesundheit. Weil mit der Klasse, finde ich, machen Hinterhalte auch ein bisschen mehr Gewinn für uns. Und wir kriegen gleich ein paar Rationen. Das ist doch schön. Das ist ein guter Anfang. Der Altar, ja, den nehmen wir auch. Ja, natürlich beten wir hier. Ich habe einfach auf den enormen Fehlschlag jetzt geachtet. Das war ja jetzt nicht so schwer. Ziehen wir eine Segenskarte, kriegen wir wieder kritische Treffer. Wenn Feinde betäubt sind, haben wir ein bisschen mehr Schaden. Wie sieht es hier aus? Gewundene Schlucht, da kriegen wir eine neue Waffe. Da klettern wir natürlich runter. Das ist jetzt nicht die beste Karte, aber ich habe sie trotzdem ganz gern dabei. Weil, seien wir mal ehrlich, so eine Keule ist nicht zu verachten. Das hat uns jetzt zwar auch wieder ein bisschen Nahrung gekostet, weil wir hier ständig im Kreis laufen mussten, aber ja, auch nicht schon wieder. Hm, nee, das will ich aber eigentlich noch nicht. Ich möchte eigentlich noch mehr erforschen. Ich weiß, wir sollen eigentlich auch mal hier gewinnen, aber trotzdem. Wüste der Verdammten. Du findest im Wüstensand eine vergrabene Urne. Als du sie berührst, ruft eine Stimme zu dir Fremderhalte ein. Sie trägt das Mal einer verfluchten Schlange. Ich öffne sie trotzdem. Das hier müsste der enorme Erfolg sein. Zu deiner Überraschung erscheint in einer Wolke purpuren Rauchs ein magischer Geist. Ich bin frei, ruft die Erscheinung, während der Fremde in panischer Angst flieht. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Der Blick des Geistes kommt langsam auf dir zu ruhen. Ich bitte demütig um einen Gefallen. Also Verlangen nach einer Belohnung ist jetzt auch. Das wäre zu viel. Ich glaube ganz rechts. Na gut, ein normaler Erfolg ist auch okay. So sei es, Insekt, spricht der Geist. Und segne dich mit einer Handgeste, dann verschwindet er. Oh, Schatzfehler. Wenn ein Spieler aus mehreren Ausrüstungs- oder Gewinnkarten wählen kann, erhöht sich die Zahl um eins. Oh, das ist gut. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie die Bäuerin kriege, wo ich eine Ausrüstung wählen kann, darf ich zwei wählen. Oh, das Landrattennest zwei. Ich kann den immer noch nicht bestechen. Wer hat neue Karten? Einen, die du wünschst, hast du nicht getestet. Einen Laden, da kann ich mir wieder Nahrung kaufen. Ihr habt viel zu bieten, das will ich auch hoffen. Rationen kaufen. Zehn Rationen für 30. Das kann ich mir leider nicht leisten. Ich hoffe, die sind jetzt nicht immer so kreisförmig angeordnet. Das wäre ja richtig doof. Weil das Kreisförmige, das kostet uns halt immer diesen Zwischenschritt da drin. Ah, das ist viel besser. Ah, Spuren in der Stadt. Du reißt durch einen ruhigen Weiler. Kannst du jetzt mal die Schnauze halten? Ich möchte hier bitte in Ruhe vorlesen. Du reißt durch einen ruhigen Weiler. Zuerst scheint die ländliche Idylle ungestört und malerisch ruhig. Doch als du dich dem Dorfplatz näherst, wird dir klar, dass es aufgrund eines Desasters so still ist. Dir eröffnet sich das Bild einer gewaltigen Zerstörung. Und du fragst dich, welche Armee oder Naturgewalt in diesem Ort gewütet hat. Du bemerkst einen der Dorfbewohner, der gerade seine Habseligkeiten aus dem Haufen Schutzbergen sucht. Okay, wahrscheinlich ist der Fehlschlag, er rennt irgendwie schreiend weg. Der Dorfbewohner blickt auf, ruckartig wie ein verängstigtes Tier des Waldes. Bist du denn völlig wahnsinnig? So viel Lärm verleitet das Biest nur dazu zurückzukehren. Kannst du nicht sehen, dass wir schon genug gelitten haben? Als du ihn leiser weiterbefragst, erzählte der Dorfbewohner, dass vor ein paar Tagen ein gespenstisch blasses Biest durch das Dorf wütete. Es hat alles auf seinem Weg zerstört oder verschlungen, bevor es in Richtung Westen weiterzog. Mögen die Götter allen gnädig sein, die seinen Weg kreuzen, also seinen Pfad kreuzen. Du kannst nicht sagen, ob dies eine Warnung oder ein Gebet sein soll. Spuren im Schlamm. Ja, wir verfolgen das Biest natürlich. Es ist nicht schwer, den Spuren der Verwüstung von der Stadt in den Wald zu folgen. Dort angekommen wird es jedoch deutlich schwieriger. Hier wandern viele Tiere und Bestien und ihre Spuren überschneiden sich und verschwimmen. Hier? Ja, Glück gehabt. Die riesige Bestie jedoch hinterlässt eine Fährte, der du leicht folgen kannst. Okay. Der Geruch trifft dich wie ein Hammerschlag. Dein Magen verkrampft sich zu einem schmerzhaften Knoten. Du bist den Spuren in einer Art Höhle oder Bau gefolgt. Hier frisst die Bestie. Ihr Blut befleckt den rauen Boden, wo sie ihre Beute zerfetzt. Du wartest in den Schatten, wo du ihre Ankunft zugleich erwartest und fürchtest. Ach ja. Ich glaube, ganz rechts war es. Ja. Der Boden unter deinen Füßen erzittert, noch bevor deine Ohren ein Geräusch vernehmen. Dann hörst du, wie der Wald unter der unvorstellbaren Macht, die sich nähert, einfach nachgibt. Einige Augenblicke später erscheint wie ein Donnerschlag die gewaltige Form des Minotaurus, der sein heutiges Fressen zwischen den Zähnen hat. Du ziehst deine Waffe für den Kampf. Doch bevor du zur Tat schreiten kannst, ertönt der Schuss einer Muskete aus einem anderen Versteck. Er verfehlt die Kreatur nur knapp. In den Augen der Kreatur siehst du sie abwägen, ob sie kämpfen oder fliehen soll. Der Jäger tritt aus seinem Versteck und die gewaltige Bestie brüllt und flieht. Der Jäger dicht auf ihren Fersen. Jetzt gebe ich auch nicht auf. Lass uns ein Token auf ihren Füßen erzittert nehmen. Du brichst durchs Gebüsch und folgst dem Jäger, der den weißen Minotaurus auf der Spur ist. Die Nacht ist bereits angebrochen und die Jagd hat ein halsbrecherisches Tempo angenommen. Es dauert nicht lange, bis du die beiden Ziele deiner Verfolgung aus den Augen verlierst. Doch du kannst sie noch weit in der Ferne hören. Die Rufe des Jägers erschallen laut und deutlich. Wenn du das Kopfgeld teilen willst, musst du dich ins Zeug legen. Du erhöhst dein Tempo und folgst dem Klang der Stimme. Okay, jetzt... Ey, leck mich doch. Das war Glück. Du jagst zwischen den Bäumen hindurch, stets der Stimme des Jägers folgend. Die, die in ein unterirdisches Gebilde führt. Seine Stimme halt aus dem Inneren und du steigst in die Tiefen hinab. Das war verflucht Glück. Ich habe mein ganzes Essen mal wieder aufgegeben, aber wir haben den Minotaurus geschafft. Und du hattest ein Essen. All der Welt ist ein Spielbord. Und wir Männer und Frauen sind nur Spieler. Okay, wenn ich die besiege, kriege ich vielleicht noch ein bisschen Nahrung. Ihr Drecksäcke, ihr werft immer auf mich. Ratten sind so schnell. Okay, den einen Hammer. Den anderen Werfer hätte ich aber auch gerne... Zu oft. Okay, den Hammer. Und da hat er uns erwischt. Toten, ja. Tot. Familiar. Impermanent. Meine Friede nimmt deine. Und die Krieg ist endet. Versuch es wieder. Ich habe so ein bisschen Rüstung. Aber wir haben immerhin das Labyrinth. Das ist übrigens, das weiß ich, das habe ich nämlich schon mal geschafft. Die letzte Minotaurus-Quest. Ich habe deine Methoden, so brutal wie sie sind. Ich hätte Dinge anders gemacht. Will es sein, dass du, der erst zu buchst? Es wird nicht mein Hero sein. Tauschen, um halt mehr Nahrung zu bekommen. Wahrscheinlich gewundene Schlucht raus, aber wo kriege ich denn hier Nahrung her? Jetzt ehrlich, wirklich, Nahrung kriegen wir hier nirgendwo. Komm, lass gut sein. Wir starten jetzt einfach nochmal. Wir kommen wahrscheinlich eh nicht so weit. Weil der Schuppenbube ist schon, was Essen angeht, echt mies. Vor allen Dingen, wenn die Dinger so im Kreuz eingeordnet sind. Die Meid, na endlich. Eines Tages begegnest du... Ja, die kennen wir ja schon. Und hier kommt Herr Leo und seine Suche nach dem... Nach einer Locke Elfenhaar in den Sinn. Ich bitte sie um eine Strähne ihres Haars. Die Meid überdenkt deinen Ansinnen einen Augenblick, bevor sie einige Locken ihres Haars abschneidet. Wie du wünschst. Doch nimm dich in Acht, Sterblicher. Dir haftet der unverderbte Geruch eines Kobolds an. Und diesen Kreaturen kann man nicht vertrauen. Das Zeichen der Karte gehört jetzt dir. Die mächtigsten aller mächtigen Artefakte wurden vor langer Zeit geschmiedet. Und können nur begrenzt oft benutzt werden, bevor ihre Macht erlischt. Verwende sie mit Bedacht. Ja, kennen wir ja. So. Das Zeichen haben wir. Das heißt, die Meid können wir uns holen. Oh. Ich habe leider keine 50 Gold, um die Rattenmenschen loszuwerden. Hier ist wieder unser Durchgang. Ich möchte aber die letzte Karte auch noch... Bitte erforschen. Der Altar. Hier können wir wieder beten. Solange wir keinen enormen Fehlschlag haben, ist alles gut. Rache. Oh, das ist gut. Ich würde das Spiel aufspielen, glaube ich. Obwohl, lieber nicht, weil... Sagen wir mal ehrlich. Das kann tödlich sein. Aber wenn es nicht tödlich wäre, würde ich es auch, glaube ich, in echt spielen. Also, wenn das alles im Spiel auch im Spiel bleibt. Ich verpasse immer den richtigen Moment. Ne, der war es nicht. Jetzt lädt er seine Pest auf. Jetzt kann ich zuhauen und dann wieder zurück. So. Immer ganz wenig hauen. Schaden machen. Flucht. So. Pest Bube. Das war's mit dir. Mal wieder. Aber vielleicht hat er jetzt ein bisschen Nahrung für uns. Nein, hat er nicht. Durch den Wald. Okay, jetzt können wir schon weiter. Ich glaube, das machen wir auch einfach. Ich will heute mal gewinnen. Der weiße Rad 2, das hatten wir auch noch nicht. Als du eines Tages gerade durch einen Wald ziehst, begegnet dir eine Bande von Schlägern, die am Wegesand war. Als du dich näherst, versperren sie dir den Weg. Der Geber zieht zwei Monster-Card. Oh, äh, ich wollte ihnen nicht die Hälfte meines Golds geben. Du gibst ihnen die Hälfte eines Golds. Also gut, meint einer Männer, du darfst passieren, aber mach keinen Ärger. Ja, das war doof. Ich hätte die verprü... Ich wollte ja eigentlich verprügeln, ich hab zu schnell weitergedrückt. Des Teufels Wahl, okay. In einem Mantel, ein in einem Mantel gehüllter Teufel erscheint auf deinem Weg. Ich bin hier, um deine Stärke zu testen, sogenannter Held. Wähle deinen Gegner. Schuppen wähle ich nicht. Ich glaub, ja, nehmen wir hier einfach Schädel. Weil Schuppen sind übel. Und seien wir mal ehrlich, die alten Knorrenköpfe hier, die können uns doch gar nichts. Also Knorrenköpfe mit dem Zylinderhut. Ja, und ich drück den falschen Knopf. So. Ein bisschen Maximalgesundheit ist immer gut. Ausgezeichnet, ruft der Teufel. Du hast meine lästige Prüfung bestanden. Hier ist dein Schatz. Wenn sie unsere Wege erneut kreuzen, töte ich dich vielleicht selbst. Der Geber zieht eine Gewinnkarte. Zehn Gesundheit, ja, danke. Ich hätte lieber Rationen gehabt. Viel gute Mähte, du? Ich könnte jetzt zurück die Leute verprügeln, aber wir verirren uns lieber in der Wüste. Wir wandern ziellos umher, vielleicht finden wir was. Weil das hatten wir tatsächlich noch nicht. Ich glaub tatsächlich das Erste ist es. Oh Gott. Die Elf deiner Vorräte wird von Sandwürmern verschlungen, dann gerätst du in einen Hinterhalt. Ha? Wir hatten nix. Oh Gott. Ja Leute, wir treffen hier auf die richtigen Arten, Leute. Und die schießen natürlich mit Musketen. Und das Schöne ist, solange der Jack of Skulls lebt, bringt es uns noch gar nichts, die Skelette umzubringen. Da die dummerweise immer wieder zurückkehren würden. Na, da hat er uns in den Rücken geschossen, der Drecksack. So, bist du der Letzte? Du bist der Letzte. So, da sind wir wieder geheilt. Achso, ne, Moment. Ach, hier drüben steht ja noch einer. Der hat sich aber auch kein Stück bewegt, wenn wir den hier bearbeitet haben. Aber okay, wir haben uns ordentlich, ordentlich zerstört. Aber ich hoffe, wir kriegen jetzt auch was von denen. Zwei Gewinnkarten. Oh ja, fünf Rationen. Ich danke dafür. Und 30 Gold. Ich hole mir jetzt aber das Zeichen trotzdem. Ich weigere mich. Der Weiße Rat mag es nicht, wenn bewaffnete Söldler durch sein Land ziehen. Durch sein Land ziehen, nicht seine Land. Sagt der Mann, während er und seine Kumpanen dich umzingeln. Der Weiße Rat kann mich mal. Ja, da ist einer in der Falle gezappt. Von denen gibt es hier nämlich mehr als genug. Deswegen muss man in diesem Wald unheimlich aufpassen. Deswegen stehe ich hier ganz gerne auf der Brücke. Weil die ist sicher. Und jetzt haben wir hier alle einfach niedergemetzelt. So gehört sich das. Als du dich den gefallenen Männern näherst, stößt dieser mit Mühe hervor. Das wirst du bereuen. Das wird noch Folgen haben. Er verstummt, als seine Stimme bricht. Du bemerkst eine in einen Umhang gehüllte Figur im Schatten der Bäume. Sie wedelt mit der Hand. Ein magisches Portal erscheint. Rasch betritt sie es und ist sogleich verschwunden. Du siehst dich um und bemerkst, dass keine Spuren des Kampfes mehr zu sehen sind. Der mich ja weißer Rad. Oh, das ist unsere Mitfahrgelegenheit. Achso, stimmt, wussten wir. Oh. Du bist kaum aus der Stadt, als du angegriffen wirst. Was? Wir wollten doch nur aus der Stadt raus. Und jetzt kriegen wir hier auch noch einen Angriff? Die Leute hier müssen sich aber auch mit den Fallen auseinandersetzen. Und die nehmen da genauso Schaden wie wir auch. So. Das Gute ist, wir heilen immer mehr, als wir Maximalgesundheit kriegen. Eine Gewinnkarte. 50% Gesundheit. Ich hätte mir ehrlich gesagt Rationen gewünscht. Oh, jetzt kommen wir zur Blutauktion. Das lässt sich machen. In den mondbeschienenen Ruinen eines längst vergessenen Schlosses sammeln sich eine Gruppe unheiliger Kreaturen. Du entdeckst, dass Vampire hier geheime Blutaktionen veranstalten. Sterblichen wird erlaubt, mit ihrem eigenen Blut zu bieten. Ich biete natürlich. Du wirst im Kreis der Blutbietenden geführt. Oh. Ich biete 60 Gesundheit. Eine seltsame kleine Kreatur kommt auf dich zu und nimmt dir dein Blut ab. Man muss bezahlen. Selbst wenn man die Auktion nicht gewinnt, erklärt die Kreatur. Da hätten wir mehr Blut bieten müssen, um einen guten Deal zu kriegen. Und ich habe es versieden. Du verlierst das Angebot. Die Vampire machen vor dem nächsten Angebot eine kleine Pause und du beschließt zu gehen, bevor sie größeres Interesse an dir zeigen. Ja, ist vielleicht eine gute Idee. Ich habe eigentlich gehofft, wir könnten noch ein bisschen was an Gold besorgen. Aber gut. Ja, wir haben ja ein bisschen Gold. Da können wir hier auch ein paar Rationen kaufen. Okay, komm. Das passt. Wir haben ja jetzt ordentlich kassiert. Oh, die Prüfung des Rudels. Ja, wie sieht es aus? Ich habe doch ordentlich erlegt. Das kann auch noch mehr Karten, wenn du diesen Verkaufeln kannst. Nee, ich bin immer noch nicht würdig. Ich verstehe es nicht. Ich habe doch so viel. Ich muss wahrscheinlich auf 100 kommen, ne? So. Wird Zeit für eine bessere Waffe. Das sehe ich doch gerne. Erwartet uns hier schon der König der Scales. Da ist ein Token in dir für dich, wenn du gewinnt. Ich gebe dem Priester Rationen. Äh. Nimm alles, komm. Der Priester nimmt deine Vorräte demütig an. Lass mich nachsehen. Ja, wer, wenn nicht. Ganz rechts. Select your desire. Äh. Aha, ruft der Priester. Ja. Die Kinder polieren den Ring. Ich krieg den Segen. Giftiges Blut. Useful. Ja. Jetzt verlieren wir leider wieder. Oh Gott, und jetzt das Labyrinth. Na, danke. Du folgst der Stimme des Jägers tief in die steinernen Gemäuer. Auf den ersten Blick scheinen sie heruntergekommen. Doch als du bemerkst Anzeichen dafür, dass sie noch benutzt werden. Neue Fackeln hängen an den Wänden und du kannst ein Wirrwarr von Fußspuren im Staub ausmachen. Gänge führen ab und winden sich in alle Richtungen. Als ich einst mit meiner Jagd auf die Bestie begann, hielt ich sie für eben das. Ein stumpsinniges Tier mit unstillbarem Blutdurst. Die Stimme des Jägers scheint nun von allen Seiten zu kommen. Es kämpfte, wütete und verschlang scheinbar ohne irgendein Ziel. Mit der Zeit entdeckte ich jedoch, dass der Wahnsinn der Bestie mit Tode hat. Der weiße Minotaurus verfügt über die Macht, der nichts gleich kommt. Oder eine Macht. Ne, über Macht, der nichts gleich kommt. Doch er verfolgt seine eigene Art, ebenso inbrünstig, wie ich ihn jage. Die sich verzweigenden Pfaderslabyrinths beginnen, dich zu verwirren und zu desorientieren. Ich kann nicht sagen, warum. Ob es ihm um Familie oder Nahrung geht. Die Stimme des Jägers halt leise aus der Dunkelheit, nun weiter entfernt. Ich will dich nicht mit weiteren Einzelheiten langweilen. Es reicht wohl zu sagen, dass dieser Ort die perfekte Falle ist. Doch jede Falle braucht einen Köder. Und das Problem ist, dass mein Köder hungrig ist. Der alte Weiße hat meinen Köder nicht geschluckt. Aber du bist nun mein Trostpreis. Aus dem Dunkeln heraus hörst du das Kratzen von Metall auf Stein, gefolgt vom markerschütternden Brühen. Damit wir uns richtig verstehen. Ich schließe dich hier mit ihnen ein. Du hast dich besser geschlagen als die meisten. Doch hier trennen sich unsere Wege. Ich habe nie das wie gesehen. Bzw. Mann und Biest. Ein beeindruckendes Kreatur, obwohl ich mir nicht so glaube, dass du ein Kreatur für ein Kreatur bist. So, darf ich vorstellen? Minotaurus. Ich glaube, das ist sogar der normale Minotaurus. Mehr kann man übrigens nicht machen. Immer im Prinzip wie beim Ratten-Ding. Immer warten, bis er fertig geschlagen hat. Einen Schlag drauf. Oh Gott. Und dann wegrennen. Aber ich bin übrigens nie davon ausgegangen, dass ich den Kampf hier überlebe. Zwei. Drei. Vier. Okay, er macht immer vier. Und jetzt rennt er auf mich zu. Ich hänge jetzt an dem Ding fest, ne? Zwei. Drei. Vier. Einen Schlag. Weg. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Hier. Ich hänge schon wieder fest. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Zwei. Ihr glaubt nicht, wie angespannt ich gerade bin. Oh, wir haben ihn. Aber wir haben nur sieben Leben und keine Rationen. Also das überleben wir nicht. Aber wir haben immerhin das hier geschafft. Außer wir kriegen jetzt noch Gewinnkarten. Nachdem du den Minotaurin besiegt hast, bemerkst du weitere Geräusche im Dunkeln. Da du weißt, dass du nicht die Kraft hast, dich weiteren Gegnern zu stellen, bleibt dir nur die Möglichkeit, aus dem Labyrinth zu fliehen. Du jagst durch das Labyrinth auf verzweifelter Suche nach dem Ausgang. Oh Gott, das war noch gar nicht der Weiße. Das war noch ein normaler Minotaurus. Ich glaub, das erste hier. Nein. Du erkennst keinen der Gänge wieder, die du auf der Flucht durchquerst. Wir gehen weiter. Wir müssen hier raus. Ach, komm schon. Ich denke immer, das wär's. Das, was ich im Auge behalten wollte. Ne, ganz rechts ist es. Auf deiner Flucht durch das Labyrinth kommst du an eine Stelle, die dir bekannt vorkommt. Geh weiter. Schließlich findest du den Ausgang. Doch wie versprochen hat der Jäger ihn verschlossen. Hinter dir nähern sich Geräusche deines unmittelbaren Untergangs. Du wirfst dich gegen die Tür in der verzweifelten Hoffnung, dass sie durchbrochen werden kann. So, die Klänge deiner Verfolger kommen näher. Enormer Erfolg. Ja. Die Tür hält deinen Angriff nicht stand und bricht auf. Ja, komm schon. Ich will jetzt hier raus, ne? Verdammt. Du prallst mit kaum merklicher Wirkung von der Tür ab und verletzt dich dabei. Ja, gut, wir sind tot. Ich bin sorry. Schade, ich dachte echt, das wär die letzte, aber es ist wohl noch nicht... Aber wir haben wieder ein paar Missionen erfüllt. Die Halle des Koboldkönigs 2. Die Wahl des Teufels. Eine Teufelswette haben wir gekriegt. Ideerweise Rat 3. Und Almosen 3. Ich hätte beim Minotaurus nicht so viel Schaden nehmen dürfen. Ja, dem Priester keine Almosen geben. Das ist der Jack of Scales und bin vanquished. So. Zack, das alles kriegen wir. Das Teufelswahl schmeiße ich mal raus. Die Might haben wir jetzt wieder ganz normal drin. Das ist gut. Ja, was von denen schmeiße ich jetzt raus? Das ist jetzt für mich eine wirklich sinnvolle Frage. Wir müssen eine Begegnung rauswerfen. Verdammt, in der Wüste schmeiße ich raus. So. Gut, Leute. Ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht. Mit Hand of Fate. Bis dann. Euer Wolf.